Mein Name ist Peter Jampen. Ich betreibe hier in Hittnau einen Mutterkuhbetrieb. Wir haben jetzt etwa 60 Mutterkuh mit ihren Kälbchen, also 120 Tiere. Seit wir die Einstreu der AXPO verwendeten, und das ist seit einem guten Jahr, habe ich das Gefühl, geht es unseren Kühen viel besser. Sie fühlen sich wohl und was man sicher sieht, sie sind schaurig sauber. Bis an die Klauen, hat er kein bisschen Dreck dran. Ich habe das Gefühl, sie haben den Applausch, sie können auch scharren, die sie von Natur auf auch gerne machen. Sie kommen gut aus miteinander, sie haben fast ein bisschen ein Wellnessgefühl, es ist ihnen richtig wohl in dieser Sache. Die Arbeit ist natürlich auch viel weniger. Ich muss einmal im Tag durchfahren und die ganze Sache untereinander bringen, dass der Verrückungsprozess weitergeht, dass die Wärme auch mit der Luft zuvor nicht geben kann. Man sieht auch, dass die Tiere gar nicht einsinken, weil sie vorher mit Tiefstreu bis an die Knie eingesunken sind. Also ein Riesenvorteil. Ich bin eigentlich überrascht. Für mich wichtig ist, dass es den Kühen gefällt. Wenn es den Kühen gefällt, dann passt es auch mir. Ich bin eigentlich gar nicht in der Kühen gefällt. Ich bin eigentlich nur mit der Müll-Bati-Fertur. Ich bin einfach zu dir. Aber ich bin einfach nicht in der Kühen gefällt,